so herzlich willkommen zu einem neuen netzplay wir spielen eurotrack simulator und mit dabei ist er ist dabei der hat seinen zirkum flex im po stecken guck mal in einem po dann haben wir den linker ist es richtig ausgesprochen jawohl und wir haben schott hallo ist gerade ein bisschen brain fk als bayern ist es kein wunder aufpassen so und wir wollen heute mal nach dresden fahren oder leipzig ich weiß gar nicht auf jeden fall wartet ihr auf der autobahn aus mich dresden steckst einen finger im po in dresden das war mexiko finger im po mexiko ja aber das ist leider ist das eurotrack simulator oh ich komme aus dresden gefahren von erfurt erfurt du musst das erro richtig rollen und wir haben hier eine no collision area meine ampel ist rot kann ich einfach rüberfahren lieber nicht ne kannst du schon kostet aber geld im unter umständen unter umständen ja dann fahr ich lieber nicht rüber ich habe auch keine gar nicht werden muss aber nicht ich habe auch keine rund umleuchten hier in meinem lkw in meinem iw co schluss ist ja eklig scania so um die kurve habe ich es schon mal geschafft das ist schon mal gut es ist gar nicht so einfach um kurven zu fahren ja er ist ein kurven fahrer ich mag kurven fahrer pass auf dass du nicht rückwärts um die kurven fährst ja wenn ich irgendwann überholt ich falls übrigens mit 60 ja so habe ich thermomat hier eigentlich ich habe kein thermomaten scheiße thermomat das ist das kennt ihr die trucker pussys ne du musst dir eine thermos flasche beziehungsweise so ein wo du auch so tee und so rein machst die füllst du komplett mit hack hack schnitzel ne nicht hack schnitzel sind ja nicht beim landwirtschaftssimulator hack schnitzel ist das was ne du machst eine thermoskanne voll mit hack mit richtig schön frischen hack so wenn du mal wenn du sie unterwegs irgendwie lust hast und so dann machst du die hose auf und steckst du die hackflasche drüber das ist eine fernfahrermusche travel pussy ne also ja ja so neunter gang ich komme hier auch schon langsam in die gänge neunter gang er schaltet vom ersten in den neunten ja das ist das ist das ist das ist das nicht so leipzig rostock muss ich rechts abbiegen dresden potsdam an ich muss hier gerade ausfahren so ich glaube da kommt was schild ist unser mann ist das unser mann nein nein ich bin 100 meter über dir erzähl das dürfen wir doch gar nicht verwenden in diesem spiel die heißen krass lecker die heißen die maestro bei der kreis mehr stück genau babo 14 um 1.30 bin ich in dresden schabo weiß wer der bau ist warum fährst du nach dresden weil ich jetzt von erfurt angekommen bin und die lieferung jetzt angenommen habe nach dresden ach so ok so ich bin auf der autobahn wenn jeder nach rumspielen soll da bin ich längst fertig mit der arbeit er ist mir noch voll in meinen trecker und eine gruppe machen wir das fälschel ordentlich da haben wir einen bagger hinten drauf da haben wir einen bagger hinten drauf ich habe Dünger glaube ich hinten drauf ja Dünger Düngemittel genau von dresden nach euro agris richtig machen wir ein bisschen aggressiv nicht nicht von euro agris sondern nach euro agris ich bin doch jetzt schon verspätet steht hier ja ich auch unsere lieferung sollte am montag um 12 uhr 9 ankommen man hat ja klasse gemacht ganz toll wir haben jetzt donnerstag 22 uhr ist doch Dünger oh da hinten stehen LKWs seid ihr das? ja das sind wir hey wo ist denn meine hupe? einfach links rausfahren bitte ja du musst vorfahren ich muss vorfahren oh 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 alter ey wo ist denn was ist denn mit euch hier los ey ja Nox auf geht es gibt Gummi ja mach ich ey ich komme nicht ich muss so lass geht's ich muss nochmal Gas geben hier hallo gib Gas Kim Jong Flo stark ich habe mich nicht Kim Jong Flo genannt verdammter Mist ey so oh ich wurde angehubt deine hupe klingt ein bisschen mächtiger als meine ich habe noch nicht mal Game Sound an ich höre nix ich glaube da verpasst du auch nicht viel ne ne hier wirst du bloß angehubt ja das einzige was ich nicht auf meiner auf meinem Controller habe ist die hupe die habe ich bei mir auf auf mein auf mein analoges nach oben ich nicht ich habe nach oben ist Gang hoch schalten runter ist Gang runter rechts ist bei mir die Lichtanlage links ist Fernlicht ok ich habe ja jetzt bei dem Playstation 4 Drücker hier in der Mitte so ein Touchpad ja und den kann ich auch noch mal als Button reindrücken und da habe ich meinen Scheibenmischer drauf mein Select Button was ist denn das? Ach das Armaturenbrett da vorne select ist bei mir Lichthupe hier übrigens hochschalten habe ich auf L1 und runter schalten auf L2 da ist der eigentlich noch hinter mir oder? ja du fährst ein bisschen schnell boah was stimmt denn mit den Leuten nicht? ich weiß noch nicht haben die denn irgendwo auf der Autobahn schon mal jemanden erlebt wo ein Out-Lkw-Fahrer ein anderer Lkw-Fahrer anhubt um zu begrüßen? die würden ja nur hufen ey die Leute mein Gott ja das sind alles so Kinder ey wo ist das Lkw? kein Lkw-Fahrer ihr habt ne Hupe wie geil pass auf ey ich komme hier mit 90 angerauscht mit 90 dann muss ich mir wieder Gas geben was solltest du? ich weiß nicht wo ist Shotec? Shotec wo bist du denn? unter euch geschehen ach so was hast du da für ne Sichtweite? hey Lkws haben immer auf der rechten Spur zu bleiben wo hast du deinen Führerschein gemacht du Hund? hab ich auf den Dom geschossen ich glaube auch auf der Kerbe Alter er hofft zu hupen ich hab das gesehen aber nicht gehört der uns entgegen gekommen ist hat gehupt warum sind hier eigentlich keine Autos? weil die Autos ausgestellt sind hier weil auf drei Servern über 3000 Leute zocken und das würde ein wenig das hat damit nichts zu tun die Idioten können noch nicht mal fahren wenn die No-Kollision Area aus ist na gut und nicht mal dann können die Idioten fahren und da willst du Autos fahren? ja super dann gibt es hier nur Stau auf der Autobahn ja ich seh euch in meinem Rückspiegel gar nicht mehr ja das ist irgendwie komisch ich seh dich aber irgendwie das muss alles noch ein bisschen verbessert werden hier mit der Synchronisation und so ja also die längen sich hier so ein bisschen vorbei aber ansonsten echt? also ich ich kluze jetzt hier mit 100 auf der rechten Spur ich hab 90 dann müsstest du mich gleich einholen komischerweise nicht ich komm doch jetzt 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 ja jetzt ist es doch bergauf bei mir hier ja ich auch aber ich hab mehr Schwung bei mir sieht die Tachonagel so aus als wäre die festgespackst unten bei 130 oh hier ist Radarkontrolle irgendwo steht hier ja das sind diese Dinger da ja abbremsen 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 ahhh alter ey verdammt es wurde geblitzt das sind diese diese Masten die da hier so diese diese Metallgestelle so ja ja hab ich gerade gesehen das war ein bisschen skurril oh da kommen mir wieder zwei LKWs entgegen und wieder hupen sie was ein Wunder also bei mir hat noch keiner gehup bisher vielleicht ist mein LKW auch einfach scheiße das kann natürlich auch ein Grund sein hey Tommi woher weißt du wo es lang geht hehehe hat er sein Navi eigentlich das Navi im Kopf hehehe und es kommt wieder einer mir entgegen und 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 boah Junge ey was ist denn hier los ey mein Scania der zieht hehehe hier ich mach Lichtrufe kannst reinziehen ey bleib auf deiner Spur du hast deinen Lappen gemacht ey Alter was ist denn euch denn los ey bei 108 kmh 111 oh jetzt geht's bergab 115 16 17 18 19 120 ab auf die Ausfahrt hehehe oh Junge scheiß auf Realismus ey wie weit seid ihr wie weit seid ihr vom Dresden entfernt ich weiß nicht ne Stunde noch ähm 85 Kilometer ok ich hab nur 35 Kilometer dann treffen wir uns ungefähr gleichzeitig ja wenn du mit 30 kmh über die Autobahn fährst dann könnte das durchaus hinkommen ja Alter Jungs ey warum fahr die so schnell ich komm gar nicht hinterher mit meinem komischen Iveco hier hast du es ausgeschaltet die Begrenzung ja weil was Scania haben hehehe Gania zieht besser als dieser hässliche Iveco ja ich kann mir halt keinen ordentlichen LKW leisten ne ich hab auch noch keinen ich hab damit Glück gekriegt eine Runde Mitleid für den Floh und wenn dann kommt eh nur ML ins Haus ein ordentlicher LKW wenn schon ja aber siehste ich überhole hier schon wieder auf der rechten Spur naja komm weil ich hier überhaupt gar nicht Gas ich warte auf dich danke find ich gut aber wir müssen jetzt eh nach rechts ne ne wir müssen nach Dresden du musst nach links oder nicht nein du musst geradeaus fahren geradeaus? wieso ist Showtag denn abgebogen? weil der irgendwie sein Navi verfolgt hehehe ach ne es gibt zwei Strecken nach Dresden glaub ich naja du kannst zweimal nach Dresden rein ach ja was anderes Landstraße hab ich ja keinen Bock drauf äh Autobahn aber egal jetzt müssen wir ab jetzt müssen wir ab äh komm du musst nach München gell? danach ja ok kannst du mal gucken ob ich was nach München finde in Dresden ja nach München finden wir bestimmt was bitte ablinken achja stimmt und schön bremsen hier auf der Ausfahrt ja das ist ganz wichtig gerade bei der hier das sind nämlich scheißdinge jetzt fahr ich da voll hinten rein ne das krieg ich noch ja 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 komm ja 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 ey du hast ein bisschen grün mitgenommen aber sonst ja ich hab meinen Führerschein auf Probe ich hab den verloren weil ich dreimal ineinander gesoffen hab ach so das scheiße 20 Punkte in Flensburg mindestens ey ich hab da den Highscore an Highscore in Flensburg kann man auch stolz drauf sein ja aber das äh ich bin ja sonst eher am Landwirtschaftssimulator ach so da fahren die Dinger nicht schneller als 50 km ich wollt grad sagen Bauer Lemke der kennt Bauer Harms wie meine Frau immer so schön sagt ne da kenn ich die Geschwindigkeiten auch gar nicht also das äh AAAAAAAA oh Gott war das knapp ja ich bin ein sehr ähm pflichtbewusster Fahrer ne nicht dass hier äh gleich ein Admin kommt und mich von der Seite rammt und sagt hier ich krieg dich jetzt vom Server oder so das ist das Schöne man kann dich momentan nicht rammt ach so kann man durch mich durchfahren ja ich kann durch dich durchfahren wenn ich das will aber ich bremse immer weil's realistischer ist normalerweise äh knallts dann halt aber ach mein Tank ist auch schon fast nesig gerade super ja das passt immer bei bei diesen äh schnellen Aufträgen ist alles angepasst ach ok du kannst du musst nicht schlafen du bist immer voll ja du bist immer eigentlich genau ausreichend das ist eigentlich auf den Liter genau ja genau immer voll und blau und so ah ich hab meinen Tempomaten übrigens gefunden sehr schön natürlich einfach 10 glaube ich ich hab immer mehr auf die Starttaste vom Alter wer stirbt denn da gerade ey also komm so die scheiß Raucher ja ich hab jetzt aufgehört jetzt meine Freundin hat gerade die Zigaretten ausgemacht und sie hat weggeschmissen sehr gut hast du nicht vorher nur eine geraucht? doch haben wir aber die schmeckte scheiße die schmeckte echt scheiße die hat ja bestimmt vorher auch umgefurzt was ist denn hier für ne Versammlung bestehen echt viele LKWs in Dresden ja die stecken sich alle in den Fingern im Po also warum sagst du eigentlich die ganze Zeit Finger in den Po? bist du irgendwie geil drauf oder was? ne aber Finger im Po Mexiko als wenn du nur daran denkst ja irgendwie schon gerade ich Finger im Po Mexiko oh warum bremse ich denn jetzt hier ey scheiße warum bremst du alter? weiß ich auch nicht Dresden besoffen ja ich überhole das mal hier als gestrichelte Linie ich darf überholen ja darfst du kommt eh keiner ich sehs ich hab gerade mein Fernlicht gesucht das war das Problem jetzt hast du wahrscheinlich Handbremse angezogen ne ich bin einfach ich hab mich im Gange ich wollte gucken wo wir hinfahren aber wir sind ja schon da ja außerdem wollte ich dich ja mal von hinten sehen beziehungsweise die die Zuschauer wollen dich auch noch von hinten sehen ey Schotek du wolltest mich von hinten sehen Schotekki ich zeig dir jetzt wie man einparken guck mal zu erster Aufenthalt in Dresden sehr schön so parkt man ein mein Freund so gehen die Gauchos naja so ja ich gucke und staune wieso parkst du genau da ein wo ich einen parken soll weil das äh jetzt gleich total witzig ist pass auf jetzt ist mein Auftrag auch gleich weg uah Alter wer kommt mir denn da entgegen gefahren ey alter ist der behindert oder was ey ja und das musst du gewöhnen alter der fährt durch mich durch der Wichser ey ja ich sehs grad ey Hurensohn ey ups hab ich nicht laut gesagt liebe Kinder das ist ein böses Wort weiten überhaupt ich blockier gerade den Noxoro hier piept alles ey wo ist denn überhaupt mein Ding wo ich hinfahren muss ey guck mal alter ey die wollen ja alle entladen ey ne ich nehm den Lkw mit ey Nox gib den Auftrag nicht ab warum nicht gib ihn nicht ab wir haben danach wieder keine Aufträge oder Witz ich kann keinen auswählen gerade ok na deswegen sollte man immer zuerst ein paar Spiele machen nicht mehr wir haben doch im Singletair gespielt ja als Singletair sollst du aber einen eigenen Lkw haben du musst erstmal 3,4 Ton machen damit du den Kredit aufnehmen kannst dann kannst du den eigenen Lkw kaufen ich hab ja eigentlich einen eigenen aber komischerweise kann ich den Spielstand nicht laden he 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 weil der bestimmt mit laut den Cheat vollgeschlagen ist und nen Hauch von Mods ne der war ausnahmsmal normal ja natürlich dann würde er gehen meiner geht ja auch der ist mit der falschen Version gezockt an und? muss der wieder runterpatchen und? mein ETS komischerweise konnte ich den nicht auswählen mein ETS ist nie abgepatcht worden das ist immer noch die extrem größte Version von Multiplayer wo es das erste Mal Multiplayer gab den hab ich noch nie einmal abgepatcht ja ich hab den immer hochgepatcht immer auf dem aktuellsten gewesen jetzt jetzt muss ich den halt gerade downpatchen und deswegen konnte ich wahrscheinlich jetzt nicht äh manchmal mit dem gerade gekauften Scania nehmen wie fahren denn die Idioten hier alle Tom? ja das ist halt momentan so das ist so schlimm ey oh ich hoffe dass die einfach nur gespannt werden ich hab die gebannt tja wir sehen übrigens auch gerade schön wie ich nicht einparken kann wo denn wo bist denn du in welcher Firma? da hinten beim Sägewerk ach so deswegen ich kann's schon wieder nicht ist es unglaublich fickt auch die Henne ich muss erst im Singleplayer zocken Sägewerk ne wo ist ein Sägewerk? sonst kann er uns nur noch so einfach seinen Spielschein schicken ne das geht nicht na ok das wäre zu einfach wahrscheinlich aber wir können auch im Singleplayer jetzt wieder einen Auftrag annehmen ich mach jetzt ein neues Profil ich mach's jetzt einfacher ich mach jetzt ein neues Profil ich nenn's jetzt irgendwie sag jetzt Bild irgendwas sag Vorzug der LKW ist ein Scania wo ist denn hier der scheiß Scania? Volvo? Renault? Iveco? ich bin's gar der Junge da hier am Logo fickt die Henne hier mein Name ist irgendwas so Dauer 589 Stunden und 23 Minuten und ich hab kein Geld bekommen schön ja weil es eben halt äh so ein Singleplayer war ja Jens Minhoff warum hast du eigentlich keine Filmenlackierung ne? die hätte ich noch nie gehabt warum hat er jetzt bei mir einen Schnellauftrag angenommen? tja und ich hab schon wieder keine Schnellauftrag mehr ey ne das will ich nicht ja also anscheinend müssen wir wirklich in Singleplayer reingehen ja ich soll 12.000 Euro Strafe zahlen ist klar ey oh Gott ist das nervig so im nächsten Part sehen wir dann warum wir keine Schnellaufträge nehmen können auswählen können äh und wie wir das ganze Problem gelöst haben na das heißt äh Abonnieren liken und beim nächsten Mal wieder einschalten soll ich sagen, alle tschüss 십iö tschüss tschu tschu tschoo tschu 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 tschu